Musik Dann stehen Sie doch bitte mal auf und kommen Sie bitte zu mir. Boah, keine schlechte Handschrift. Dass ich keine schlechte Handschrift habe, das weiß ich, aber wir wollen ja eigentlich der Ursache auf den Grund fragen, wie es denn dazu kam. Fällt Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen mehr ein dazu? Ich glaube, ich habe die Frau gefragt, wie läuft denn die Luft da oben? Und sie sagte daraufhin, jetzt ziehen Sie dann wieder auf und schauen dann noch das Zweifel ein. Naja, das hört sich dann ja schon eher nach dem Grund an. Und wie ist das so mit dem Heraufschauen? Können Sie sich da an irgendwas erinnern? Da habe ich mich so richtig gemacht. Ich auch nicht. Ja, das stimmt. Ich muss ja auch nicht mehr. Also damit muss ich dann nicht weiter? Nee, ich mache ja auch nicht. Nee, ich glaube, das kommt jetzt gar nicht mehr. Das war halt ungekommend. Naja, das ist doch eine plausible Erklärung für zwei scheinende Ohrfeil. Okay, seitdem faszinieren Sie Frauen mit ähnlich großen Händen wie diese schlagfertigen Damen. Das ist richtig, ja. Das ist so einfach. Ja, das ist so einfach. Und was assoziieren Sie mit großen Füßen? Ja. Da haben wir jetzt jetzt weiter. Also da ziehen Sie mich jetzt auf die Kaule zu schauen. Ah. Und? Wie ich da bis zum Abschirm zu mir später mache. Ja, ja, ja. Du hast doch das Band gekriegt, ne? Ja, ja, habe ich mir angeguckt. Also da versuchst du einfach das erste Mal, du bist jetzt hinterher auf die Kaule. Erstmal setze ich mich auf, ja. Autsch. Boah. Uff. Ah. Was stimmt noch? Nein. Autsch. Autsch. Ja. 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 Und dann? Ja. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja. Nein. Von so VERY. Und was mir gerade Kräftige, so ein Klappser. Und das ist das erste Mal. Zumindest haben wir die Einleitung ja dann und das andere sind dann überwiegende Aktionen. Leider nehmen wir okay. Ja. Okay. Und Sie sagten große Füße. Was assoziieren Sie denn mit großen Füßen? Ja. 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 Ja.